Hallo und willkommen liebe Zuschauer. Wir melden uns heute hier aus dem Heuerswerda Zoo, aus dem Jumbo. Das ja nicht mal Jumbo heißt, Sie haben es mittlerweile erfahren. Es wird als Zambesi am Samstag das erste Mal wieder eröffnen. Am Samstag ist der große Tag, der Kindertag, der Stadtkindertag. Er wird wie immer hier im Zoo gefeiert. Felix Pahl vom Zoo wird uns ein bisschen Appetit machen auf diesen Tag. Felix, was wird denn die Kinder Zauberhaftes hier im Zoo erwarten am Samstag? Ja, am Samstag, dem 1. Juni ab 13 Uhr findet bei uns der märchenhafte 12. Stadtkindertag statt. Alles unter dem Motto Märchen der Gebrüder Grimm. Es war einmal und unter diesem Motto haben wir das ganze Programm abgebaut. Und wir freuen uns viele, viele Überraschungen für viele, viele Kinder bieten zu können. Nur weil wir nicht nur von Überraschungen reden, können wir so für ein, zwei Sachen die ganze aus dem Sack lassen. Passt doch nicht auch zum Märchen. Ja, selbstverständlich. Wir haben unser Bühnenprogramm, das wieder vollgefüllt sein wird von unseren eigenen Zooangeboten. Unsere Zooschule wird wieder einige Programmpunkte bringen. Es wird eine schöne große Zaubershow geben. Und natürlich auch was Märchenhaftes. Wir haben zwei Puppenspielbühnen, die sich mit ihren Märchen hier im Zoo abwechseln werden und die Kinder, denke ich mal, schön unterhalten werden. Also es wird spannend für die Kinder auf der großen Bühne, aber auch rundherum wird eine Menge an Angeboten für die Kinder dasehen. Ja, genau. Ich denke, unsere Besucher kennen das aus den vergangenen Jahren. Wir haben im ganzen Zoo und auch im Schloss viele Stände bereitgestellt. Es wird viele Angebote von den Vereinen geben, die uns wieder unterstützen werden. Auch von unserer Bibliothek wird ein schöner Märchenstand sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, im Zoo zu flanieren und das ganze Angebot auch im Schloss kennenzulernen. Genau, auch im Schloss. Was wird denn im Schloss passieren? Im Schloss haben wir erstmal unser Schlossangebot. Wir werden dort kleine Spiele mit den Kindern machen, auch wieder unter dem Motto Märchen, historische Märchen. Und auch das Natz wird vor Ort sein. Einige andere Vereine werden wieder ein schönes, abwechslungsreiches Programm haben. Und es wird das Sambesi das erste Mal wieder öffnen. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Wir hatten ja schöne, super Veranstaltungen mit Dungukina, Sie damals mit den Trommlern hier. Am Samstag ist sozusagen neue Eröffnung. Es ist nicht ganz neue Eröffnung. Es ist eine Eröffnung für den Stadtkindertag, weil wir einfach diese wunderschöne Räumlichkeit des neuen Sambesi nutzen wollen für unseren Stadtkindertag. Die neue Eröffnung kommt noch. Die werden wir noch publizieren. Jetzt werden wir erstmal diese schöne Örtlichkeit nutzen für unseren Stadtkindertag, um auch unseren Besuchern mal wieder dieses Gebäude zeigen zu können und sie von hier perfekt versorgen zu können. Ja, wunderbar. Also, liebe Zuschauer, dann sehen wir uns mit Ihren Knirpsen am Samstag zum großen Stadtkindertag hier im Zoo Hoyerswerda. Und das Wetter wird übrigens auch viel, viel besser, als es unter der Woche war.